Was geht's dir Tee und Tipa? Ich jetzt mal ein bisschen Füße am Start und wir machen Overwatch Ähm, ja Ich habe ja schon viele Sachen dazu gesagt Deswegen werde ich den alten Quatsch, den wir immer sonst davor sagen Weglassen Ähm, ja Ich habe gerade auf Handy geguckt, ich will noch ein TeamSpeak Aber die wissen nicht, dass ich gerade aufnehme Dim, 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 ist egal, aber Ich bin gemütet bei denen und die sind gemütet Und wir sehen Cash mittendrinne Statt nur dabei ist das Motto hiervon Aber ich sehe hier, da will jemand wissen Zwei AWP's Aggressiv wird Gegengespielt, da wird schon B abgeaimt Aber kommt nichts Die T's haben keinen Bock, die bauen auf Richtung A Also wird's A, die machen mit dem bisschen Trouble Wollen Leute abfangen und Ähm Ja, die Bombe geht über Tür Warum, auch immer, immer schlecht Warum es schlecht ist, das seht ihr gerade da Die T's sind nicht wirklich intelligent Er sneakt raus und Sneakt aber 30 Meter zu weit raus Da dachte ich so, ach Vielleicht Vielleicht steht er ja keiner, ich kann auch ein paar Meter gehen Also, liebe Kinder, wenn er da um die Ecke geht Ist ja klar der Fokus erstmal auf B Und dann in den Schachtraum Und dann bleibt man nur, versteht ihr Der AWP hat so weit rechts von der Ecke gezielt Und der ist trotzdem einfach reingelaufen Der hätte noch, schon lange noch stehen bleiben können Hätte der mit der AWP flicken müssen Hat der ja nicht gemacht Wieder Wettbeer abgamed Das sah jetzt aus wie ein Prefire Aber ihr müsst wissen, immer noch Wissen unten steht, dass wir eine 16-Tick-Demo haben Ja, das ist 16 Das ist, ähm, das sieht alles ein bisschen so aus Wie Prefire und so ein Kram Ja, also bisher ist es so Er hat Eier, ne Schön, äh, KennyS AWP will Hier spielen schon aggressiv gegen Was hat der denn für Stats 11-2 generell Die CT's rasieren gerade einfach durch Aber er aimt alles in Ruhe ab erstmal Also, er macht nicht den Einstein Als hätte er irgendein Wallhack Ich weiß, ich weiß Das wären wieder 5 Leute unter mein Eindruck Schreiben, ne, der hat aber andere aus meiner Sicht Wenn er anhatte, warum fällt ihm nicht auf Dass einer da in diesem scheiß LKW sitzt? Nein, das fällt ihm wirklich auf Das fand ich jetzt komisch Ihr habt nicht gehört, dass ich gesagt habe Darum fällt ihm nicht auf, dass einer am LKW sitzt, ja Hm? Ja, fraglich Ich meine, er will Die haben ausgeschlossen Es waren nur zwei am Leben Äh, und da guckt man mal in jede Ecke Das macht man halt so Wenn man nur noch ein paar, zwei Leute hat Und eigentlich schon B ausgeschlossen war Und A ausgeschlossen war Dann guckt man halt mal in jede Ecke So sollte man das auch spielen Junge, der Macht aber nochmal schön Damage Der hält B einfach solo Oder ihm ist das egal Jetzt wird er weggesmoked Sollte jetzt irgendwas komisch sein Würde es jetzt auffallen Da kommt einfach ein Prefy in den Smoke rein Ja, der spielt bisher einfach nur gut Seit wann ist denn, warum ist denn der so rot? Seit wann ist diese rote auch in Overwatch Habe ich irgendwas verpasst? Es war immer nur so ein Screen Rot war da nur, keine Ahnung Ähm Ja, ich will nicht schon grad Dass wir so ein Hashtag hier wieder benutzen können Aber Äh Ich weiß schon, was wir nehmen Und zwar Irgend so ein Typ hier Naja Einfach 16,3 hat Und Ich guck ihm jetzt noch gleich Wir warten erstmal, wie viel Geld er hat Obwohl generell Guckt euch mal die CTs an, wie viel Geld die haben Die CTs haben so viel Geld, dass wir als Hashtag haben Big Business Cash Weil Die Map Cash heißt Zwar anders geschrieben, aber sie heißt Cash, okay? Hashtag Big Business Cash Und Cash bitte so schreiben wie diese Map Nicht, äh Ihr wisst schon Nicht K-A-S-H Wie Geld, sondern Wie diese Map hier C-A-C-H-E Big Business Cash Das ist das Hashtag für heute Ab geht's Jünger, die machen aber auch einen Druck Die CTs Das ist mehr als ekelhaft Da hast du auch keinen Bock gegen die zu spielen Die machen Druck, Druck, Druck Überall nur Druck Anscheinend haben sie es so gemacht in Overwatch Vielleicht ist das mir vorher nicht aufgefallen, aber Diese neue Aura, die um den Leuten es sind Das ist einfach um die CTs Damit wir die Teammates von dem Suspect erkennen, oder? Nein, die haben alle Hm, vielleicht haben sie was geändert War das nicht immer so ein schönes Grün? Seit wann ist das rot? Egal Schon wieder aggressiv gegen die IP Amt er noch ab Oh, da kriegt er sein Brett rein Ah Ne, ne Bisher hat der gute Herr hier noch nicht an Er macht gute Shots Alles super Alles easy peasy Lemon squeezy Aber An Würde ich bisher noch nicht sagen Also die spielen generell Sie sprechen sich ab Da siehst du die Absprache Die sie haben Sie spielen aggressiv gegen Schließen aus Machen Money Management eigentlich halbwegs richtig Also Ne, das ist einfach nur eine gute Absprache Befinden sie hier Schätzungsweise im Rang MG1, MG2 Und die Smurfen wahrscheinlich noch Also das wirkt ein bisschen wie Smurf Also Wenn ich MG1, MG2 spiele oder zugucke In meiner Freundesliste Sieht das Gambling leicht anders aus Kann sein, dass die Hier als 5er Team rumsmurfen Aber schon wieder Die sitzt schon zum zweiten auf der Posi Mittlerweile ist es halt bekannt Die T's werden kaputt rasiert Es ist gleich Halbzeit Und mal gucken was Dann unser Suspekt auf der T-Seite mit seinem Team Abreißen wird Bin mir da auch noch nicht so sicher Aber jetzt wird schon Bison gespielt Also Jetzt wird es leicht lächerlich hier Zweimal Negev und einmal Bison Hier willst du aber jemand wirklich wissen Ich finde die Bison ja nicht mal gut Gegen Careflamet Aber wenn du halt hier durchrasierst Dann Kannst du mal spielen Aber guck hier in die Ecke Seht ihr? Das ist wieder ein Beweis Dass ich nicht glaube es ein Warlake hat Weil da saß bisher Jede Runde einer Ja? Man könnte denken Der hat doch immer nur da hingeguckt Weil Also das erste Mal Weil der Warlake hatte Aber Er hat einfach eben um die Ecke Und es hat greifiert Weil damit gerechnet hat Dass da jemand steht Und hätte der Warlake gehabt Hätte er erst gar nicht da hingeguckt Zum Beispiel Ja? Und der letzte T Wo hängt er ab? Ja? Er steht da mit der Bombe Und macht nichts mehr Er wird das gleich Er wird ignoriert erstmal Nein Er wird getötet Und jetzt sehen wir die erste T-Seite Das Aim auf dem Boden Ist komplett richtig Er will gar nicht versuchen Schon mal vorher auf Kopfhör sein Er muss erst hoch zielen Und Will es dann in der Mitte wissen Und es wird mit rausgegast Das war auch kein Warlake Der müsste wieder wissen Entweder lag die Smoke anders Ja? Man weiß nie Die Smoke lag vielleicht ein bisschen anders Weil 16 Tick Etc pp Und er hat ihn kurz bevor die Smoke aufgeploppt ist Gesehen und hat einfach nur weiter geschossen Und er hat ja nicht hinterher gezielt Sondern der CT ist ja fest auf seiner Position stehen geblieben Und er hat einfach nur geschossen In der Hoffnung Dass er entweder rein rennt Oder wie eben der CT wirklich da stehen bleibt Ja? Das sind so markante Sachen Auf die man achten sollte Um eventuell Mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit Warlake zum Beispiel auszuschließen Zum Beispiel Ja, aber jetzt stecken sie fest, ne? Es sind nur noch 2 gegen 3 Oh Junge Da gab es ein dickes Brett aber erstmal Die haben Da kommt Oh, leider hat er Glück gerade gehabt Denn der CT ist schon Auf der Spur Und jetzt ist es eine 1 gegen 2 Situation Eigentlich unholbar für ihn Beide zwar low Aber eigentlich unholbar Wenn die CT sich das nicht verkacken Aber sie machen einer A, einer B Da wird er wohl es leichter haben Den A-Tag zu spielen Aber er will, äh Ja, er will A Er geht über Main Nein, er geht über Tür Ich weiß nicht, was hat der vor? Was hat der vor? Das erfahren wir in der nächsten Folge von The Suspect The Suspect Ich bin The Suspect Nicht mehr ich bin Batman Sondern Ich bin The Suspect Oh Junge Da hat er das Hat er gut runter gespielt Aber er hat auch nichts mehr, ne? Jetzt wird der CT rotieren Über Der CT rotiert über Der CT rotiert über CT Was ein Wunder Entweder Tür reingehen oder Main Aber da ist eine fragliche Position Da gucke ich halt auch immer hin Ich bin immer total auf Main fokussiert Wenn ich von CT komme Er hat gar keinen Fokus Und das da gerade Hat er es gesehen? Dass dieses Fadenkreuz wackeln, ne? Damit ihr wisst, was das damit auf sich hatte Deswegen seht ihr jetzt auch noch Diesen netten Bildschirm Als ich das noch zu Ende erklären will Ähm Dieses Wackeln Mit der Maus eben War Machen manche bei uns auch Und zwar wenn wir eine Ansage machen Wenn wir eine Ansage machen Der kommt von CT Dann Redet der manchmal nicht der letzte Mann bei uns Sondern wackelt Und fallen kurz in dem Motto Als wir den Kopf hoch und runter machen Und wir sagen Ja Und das war das Das war das Wackeln letztendlich Was er gemacht hat Ähm Und Deswegen glaube ich Hat einfach Wie ich eben erwähnt Einfach war eine gute Absprache Und äh Dann sehen wir uns das gleich nochmal In den coolen Zeitlupen Effekten CSI Grimsekrams Und so Bis gleich Ja hier sieht man es nochmal mit der AWP Er macht echt einen guten Shot Und den anderen mit der abgesegten Drifte hinten noch Und haut ihn echt auf ein paar AP runter Das war wirklich gut gespielt von ihm auf B Oder auch hier mit der Glock Ne er zieht rum Sieht man jetzt so schön Er zieht rum Eint ganz in Ruhe nach Und drückt dann richtig schön One Click mit der Glock raus Sieht man sehr selten Die meisten Spantern mit der immer so sehr gerne rum Oder auch hier Na einfach Geduld haben Da sieht er ja schon die Waffe Geduld drauf Aimen Schön warten bis der Moment passt Vom Gefühl her Dass er mal auch trifft Und jetzt gleich wenn er gelandet ist Dann schießt er auch Und zack 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 Und zieht ein paar Shots Ja in meinen Augen War er eine gute Absprache Gutes Teamplay Deswegen hat er kein Warlack gehabt Keine Vision Assist Keine Updaction Assist Und kein Griefing hat er betrieben Und ich würd sagen das war's von mir Ja haut rein Mein CT&T Buddies I hope it's been diffused Bye What's up guys this is Spencer Hiko Martin And Jordan Nothing Gilbert Here in ESL1 Cologne Right? That's right We just wanted to tell you Make sure you subscribe to Bomb has been diffused If you don't A flashbang dance in your face Okay? That's right Thank you guys See ya